Seit dem PISA-Schock im Jahr 2001 jagt eine Bildungsreform die nächste, wird über die Qualität von Schule in Deutschland gestritten. Unser Reporter Johann von Mierbach will wissen, wodurch könnte die Bildung unserer Kinder tatsächlich besser werden. Meine Kinder kommen bald selbst in die Schule und da frage ich mich, unter welchen Bedingungen lernen sie am besten und am meisten. Mein Vater war auch Lehrer und der sagt bis heute, es kommt nur auf den Lehrer an. Doch stimmt das? Das will ich herausfinden. Eins steht fest, nicht jeder hat das Zeug zum Unterrichten. 40 Prozent der Absolventen sind nicht geeignet, Lehrer zu werden. Wenn der Lehrer kein Interesse hat, keine Motivation für die Kinder, dann sinkt die Leistung rapide ab. Das kann man auch wissenschaftlich nachweisen. Die Valentin-Ickelsamer Mittelschule in Rothenburg ob der Tauber. Johann darf in der Klasse von Johannes Helgert einen Probeunterricht in Mathe absolvieren. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht so ganz die Vorstellung davon, was ich da unterrichten soll. Jeder glaubt zu wissen, wie Lehrer geht. Schließlich hat jeder mal eine Schule besucht. Johann von Mierbach hatte Mathe als Leistungskurs im Abitur. Reicht das, um in einer Haupt- und Realschule zu unterrichten? Und wie gehe ich da grundsätzlich vor? Also ich stehe jetzt in so einer Klasse, was sind so die Basics? A, nicht einschüchtern lassen. Dann geht es darum, mit einer klaren Sprache einfach zu arbeiten und sie nicht zu überfrachten. Das Ganze dann auch am Ende in ein sauberes Tafelbild zu bekommen, an dem sich die Schüler entlanghangeln können, dann müsste es theoretisch klappen. So der theoretische Plan. Johannes Helgert muss es wissen. Er ist mit dem Deutschen Lehrerpreis 2017 ausgezeichnet worden. Und ich werde heute die Stunde halten. Ja, was wir heute machen wollen, ist den Umfang von solchen Körpern berechnen. Hat da jemand eine Idee? Ist schon so lange her. Ist doch super, das muss man dann wieder auffrischen. Der Unterricht in der achten Klasse ist eine Herausforderung. Schüler aus unterschiedlichen Kulturen und sozialen Milieus treffen aufeinander. Wie in vielen anderen Schulen auch. Gut. Gibt es noch Fragen dazu? Oder halbwegs verstanden? In Bayern hat die Mittelschule die frühere Hauptschule ersetzt. In den Klassen gibt es unterschiedliche Leistungsniveaus. Viele Schüler verlassen die Schule bereits nach der 9. Klasse. Andere streben die Qualifikation fürs Gymnasium an. Und wie war Johann als Lehrer? Ich fand die Unterrichtsstunde ganz okay. Ich fand es nur etwas eintönig. Der Lehrer sollte eigentlich mehr mit den Schülern agieren, mehr mit dem machen, mehr den Stoff damit einbeziehen. Herr Helgert erklärt es halt auch besser. Mein Banknachbar hat sich gemeldet und wurde direkt drangenommen. Ich habe mich ewig gemeldet und wurde nicht drangenommen. Langeweile und Frustration stehen einem guten Unterricht im Weg. Ich fand es selber total schwierig, so eine Stunde durchzuhalten. Wenn ich mir überlege, ich muss davon sechs halten, würde ich wahrscheinlich zusammenklappen. Und außerdem fand ich es total schwierig zu gucken, ob alle mitkommen auf der einen Seite und ob ein paar Leute nicht vielleicht gelangweilt sind. Die Schüler waren ja recht gnädig mit mir, muss ich sagen. Ja, das ist richtig, ja. Aber die Schüler sind immer so. Aber wie ist dein Urteil? Also wie ist es gelaufen, deiner Meinung nach? Es waren schon ein paar Sachen dabei, die auch ganz gut waren. Gerade am Anfang, wie du eingestiegen bist. Da dachte ich, ja, das passt jetzt. Und dann ging es aber vom Fachlichen her viel zu schnell. Du hast für dich ganz viel an der Tafel rumgerechnet und rumgemacht und dann immer nur mal kurz geguckt. Habt ihr das jetzt auch im Heft und wieder rumgedreht? Was mir auch aufgefallen ist, was Schüler einem schon übel nehmen, ist, dass man nicht auf die Schülerergebnisse genug eingeht. Das ist eine Würdigung der Schülerarbeit in dem Moment einfach. Johanns persönliches Fazit. Fachwissen ist wichtig. Aber ohne Didaktik, gute Unterrichtsmethoden und pädagogisches Handwerkszeug kommt der Lehrstoff bei den Schülern nicht an. Und was sagt die Forschung? In Australien sind die bis heute umfangreichsten Bildungsstudien zum Lernerfolg von Schülern durchgeführt worden. Sie basieren auf inzwischen 1400 internationalen Metastudien. Das sind Studien, die wiederum über 80.000 Einzelstudien zusammengefasst haben. John Hetty, einer der weltweit einflussreichsten Bildungsforscher, hat mit diesen Studien international für Aufsehen gesorgt. Alle seine Daten belegen. Wie gut Schüler lernen, hängt vor allem vom einzelnen Lehrer ab. Man braucht Lehrer mit einer besonderen Haltung. Sie müssen ihren Einfluss auf die Klasse kennen. Dafür müssen sie gute Zuhörer sein. Sie müssen sehr anpassungsfähig sein, müssen bereit sein, sofort etwas zu verändern, wenn ihr Unterrichtskonzept nicht aufgeht. Da fängt ein toller Unterricht an. John Hetty's zentrale Ergebnisse? Geringen Einfluss auf den Lernerfolg haben, Klassengröße, Schulform oder sitzen bleiben. Großen Einfluss dagegen haben. Eine vertrauensvolle Schüler-Lehrer-Beziehung. Das Zulassen von Fehlern. Klarheit der Lehrperson und Feedback von Schülern und Kollegen. Doch warum werden diese Ergebnisse in der Bildungspolitik kaum berücksichtigt? Systeme wie die Bildungspolitik wollen schillernde Veränderungen. Neues Gebäude, einen neuen Lehrplan, neue Methoden und Technologien. All die Dinge, die man sehen kann. Es ist viel komplizierter, Wählern und Eltern eine spezielle Denkweise, eine Haltung klarzumachen. Auch für Politiker ist es schwierig, weil sie den Schulleitern vertrauen müssen. Sie müssen Ressourcen bereitstellen, sie müssen die Schulleiter weiterbilden. Sie müssen diese Haltung wertschätzen. Das Hermann-Lietz-Gymnasium auf der Insel Spiekeroog setzt einige Ergebnisse der Hetty-Studie um. Angeregt hat das Klaus Zierer. Der Professor für Schulpädagogik hat Hetty's Studie ins Deutsche übersetzt und wirbt dafür, die empirisch belegten Fakten endlich zu berücksichtigen. Die Forschungen im Anschluss an Hetty belegen, es ist nicht die Schule an sich, es ist nicht die Schulhaus, es ist auch nicht die Ausstattung im Klassenzimmer, sondern es ist ganz entscheidend, wie ich als Lehrperson in meiner Klasse agiere, wie ich über das denke, was ich tue, wie ich mit den Lernenden zusammenarbeite und wie ich aber ständig auch das, was ich tue, hinterfrage, mit den Lernenden darüber reflektiere, um sozusagen meine Professionalisierung hier weiterzuentwickeln. Besuch in der 10. Klasse bei Felix Heisen. Der Lehrer unterrichtet heute Erdkunde. Das Thema? Klimawandel. Jetzt habe ich euch erstmal eine Karikatur mitgebracht. Wer kann uns die mal beschreiben? Auf Wunsch des Schulkollegiums kommt Klaus Zierer mehrmals im Jahr und beurteilt den Unterricht in allen Klassen. Eine Seltenheit. Denn nur das bis zu zweijährige Referendariat mit praktischen Erfahrungen in Didaktik und Pädagogik sieht Bewertung und Lehrproben vor. Danach bleiben Lehrer mit ihrer Arbeit weitgehend allein. Rückmeldung gibt es kaum mehr. Und laut Klaus Zierer lassen sich viele Unterrichtende auch nur ungern bewerten. Dabei ist systematisches Feedback eine der wichtigsten Voraussetzung für den Lernerfolg. Bei John Hetty heißt das, Lernen sichtbar machen. Geklettet ist es die Linie, genauer schreiben könnt ihr, dass es unter die Dokumentenkamera liegen können. Eure Lösung. Ihr kennt ja alle das Spiel. Zur heutigen Stunde steht ein Fragebogen online. Die App Feedback Schule hat Klaus Zierer zusammen mit einem anderen Wissenschaftler entwickelt. Wir wissen aus der Feedback-Forschung, dass vor allem das Feedback von den Lernenden zur Lehrperson ein sehr wirksames Feedback ist, weil es mir als Lehrperson einfach zeigt, wo ich im Hinblick auf die entscheidenden Kriterien des Unterrichts weiterentwickeln mich kann und wo ich Verbesserungen anstellen kann. Und Lernende mir ganz klar zurückmeldung können, ob sie die Ziele erreicht haben, ob sie Inhalte verstanden haben, ob die Methoden funktioniert haben, ob die Medien die passende waren. Der Fragebogen ist anonym. Die Jugendlichen bewerten den Unterricht von Felix Heiser anhand von 29 Kriterien. Klaus Zierers Studien zeigen, Schüler wissen sehr genau, was guter Unterricht ist. Nur werden sie selten gefragt. Ich finde das eigentlich ganz gut, auch gerade für Schüler, die sich vielleicht nicht trauen, auch wirklich mal eine ernst gemeinte, wirklich negative Rückmeldung zu geben, weil das ja auch wichtig ist. Und das macht man dann eher, wenn es anonym ist, anstatt man sich vor der ganzen Klasse hinstellt und sagt, das hat mir jetzt nicht so gefallen. Das finde ich ist eigentlich das Allerwichtigste, dass man hört, was halt zu bemängeln ist. Ich finde es halt auch ganz sinnvoll, vor allem wenn man das halt öfters macht, weil man dann besser sehen kann, was im Unterricht noch verbessert werden kann. Wichtig ist, ein guter Lehrer muss motivieren, klare Ziele formulieren, da frohe Erwartungen an die Schüler haben, muss aber auch eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen. Hier die Fürsorge sehen Sie auf Seiten der Lernenden sehr hoher Wert. Ich habe es vorhin schon mal durchgeschaut, das ist absolut ihre Stärke. Allerdings, der Unterricht war heute nicht abwechslungsreich und klar genug. Aber wir versuchen ja besser zu werden. Genau. Herr Heiser hat mir gezeigt, wofür ich die neuen Inhalte brauchen kann. Das kommt bei den Lernenden nicht so an, wie man sich vielleicht wünschen würde. Das ist, was in vielen Unterrichtsstunden als ein Desiderat von Lernenden, also als ein Mangel bezeichnet wird, ist die Frage der Zielklarheit. Also worum geht es denn eigentlich in der Stunde? Ist die Frage, wofür brauche ich denn das Ganze? Hat das irgendeinen Nutzen für mich, für mein Leben, für mein Umfeld? Und der dritte Punkt, Gehör zu bekommen, Rückmeldung zu erhalten. Feedback führt mit Sicherheit dazu, wenn es richtig eingesetzt wird, dass es ein stärkeres Miteinander im Unterricht wird, dass der Unterricht dialogischer wird, dass der Unterricht wertschätzender wird und dass der Unterricht letztendlich dann dadurch aus eine viel tragfähigere Lehrer-Schüler-Beziehung bekommt. Anschließend, Nachbesprechung mit den Schülern. Sie sollen in den Lernprozess einbezogen werden. Hat da jemand von euch Ideen, wie man das noch hätte klarer machen können? Also ich finde, das ist so ein bisschen wie in anderen Fächern auch, wie in Bio, Chemie, Physik und so, dass man sich halt auch fragt, wofür brauche ich das eigentlich? Wieso kommt der Treibhauseffekt, also was kann ich dazu beitragen oder so? Also keine Ahnung, ist es darauf vielleicht noch ein bisschen mehr, dass du darauf vielleicht noch ein bisschen mehr eingegangen wärst oder so. Das ist leicht umsetzbar. Die Schule liegt nur ein paar Meter hinter dem Deich und der muss ausgebessert werden. Zum Schutz vor den zunehmenden Sturmfluten. Auch das zeigen Untersuchungen. Junge Menschen lernen am besten, wenn sie die Inhalte mit ihrem eigenen Leben verknüpfen können. Erfahrungsorientiertes Lernen wirkt sehr positiv auf die schulische Leistung. Solche Aktionen sind natürlich auch gemeinschaftsstiftend. Die Schüler packen zusammen an, aber auch im Sinne einer nachhaltigen Bildung ganz, ganz wichtig. Denn hier können die Schüler wirklich erleben, was es bedeutet, mit den Naturgewalten konfrontiert zu sein. Und letztendlich auch, was es bedeutet, mit dem Klimawandel konfrontiert zu sein. Auf Spiekeroog wird intensiv über die Rolle der Lehrenden diskutiert. Anders als in vielen Schulen auf dem Festland. Dort hält man das Feedback von Schülern häufig für unwichtig. Doch wer wird überhaupt Lehrer? Und warum? In Deutschland gibt es fast 760.000 Lehrpersonen. Und über 230.000 Studierende streben momentan das Lehramt an. Das ist fast jeder zehnte Studierende. Doch Umfragen belegen. Ein Viertel wird Lehrer wegen des Beamtenstatus. Ein Viertel interessiert das Hauptfach. Ein weiteres Viertel wird Lehrer wegen der langen Ferienzeiten. Und nur ein Viertel aus dem Wunsch heraus zu unterrichten. Das sind erschreckend wenige. Studieren die Falschen auf Lehramt? Das will Johann von Mirbach in Passau herausfinden. Hier an der Universität gibt es den deutschlandweit umfangreichsten Eignungstest für angehende Lehrer. Er ist freiwillig. Denn jeder kann Lehrer werden. Einzige Voraussetzung ist das Abitur oder das Fachabitur. Johann trifft den Mann, der den Persönlichkeitstest entwickelt hat. Das erfordert bestimmte Kompetenzen. Und unser Test versucht jetzt diese Kompetenzen am Anfang des Studiums zu messen, um dementsprechend förderlich eingreifen zu können. Das Eignungsverfahren soll den Probanden helfen, sich der eigenen Stärken und Schwächen bewusst zu werden. Und sich im Zweifel auch gegen den Lehrberuf zu entscheiden. Folgende Eigenschaften bilden für Norbert Seibert eine überzeugende Lehrerpersönlichkeit. Offenheit, Neugier, Gewissenhaftigkeit sowie starke Nerven. Ich bin selbst eben sieben Jahre lang Lehrer gewesen. Ich habe versucht, immer Unterricht zu verbessern, zu optimieren. Habe aber auch erkannt am Schluss, wenn wir die richtigen Lehrpersönlichkeiten haben und wir verstehen Lehrerbildung als Persönlichkeitsbildung, dann können wir die Schule langfristig wirklich optimieren. Der Test funktioniert wie ein Assessment Center. Die Bewerber werden von einem Gremium beobachtet, das sich aus Lehrern, Schulräten und Lehrstuhlmitarbeitern zusammensetzt. Ich bin die Bruckmeier-Sindy. Mein Weg hier an der Uni ist, wie gesagt, der zweite Bildungsweg. Ich bin eigentlich voll motiviert. Ich fühle mich richtig bereit. Geografie habe ich eigentlich Hauptinteresse von mir genommen. Mir interessiert einfach die ganze Landschaft, das ganze Kulturelle, wie entsteht was. Das Lehramtsstudium in Deutschland ist auch Fachwissen ausgerichtet. Spätestens seit der Hetty-Studie ist wissenschaftlich belegt, dass dies nicht genügt. Psychosoziale Kompetenzen, selbstsicheres Auftreten und eine starke Stimme sind ebenso wichtig. Ich bin selbst schon Onkel. Ich kann sehr gut mit jüngeren Kindern und ich gebe auch Nachhilfe. Also, ich kann meinen Schülern auch was vermitteln. Begeisterung ist ganz wichtig, weil man einfach sonst den Stoff vom Fach nicht weitergeben kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nur wer sich über sein Fach hinaus für junge Menschen begeistert, wird ein guter Lehrer. Der Job fordert den ganzen Menschen. Das ist der Reiz und zugleich das Problem, an dem mancher Lehrer scheitert. Das Urteil der Jury fällt deshalb auch ganz unterschiedlich aus. Ich bezweifle, dass sie sich wirklich selbst in ausreichendem Maße damit beschäftigt hat, was es heißt, Lehrer zu sein. Ihre Motivationslage, würde ich sagen, ist jetzt nach wie vor, also für mich nicht so ganz klar. Sie war sehr, oder ihre Einstellung ist eine sehr positive, eine sehr motivierende. Die Motivationslage für Beruf, Schulart, Wahl und Fächerwahl fand ich persönlich durchaus überzeugend. Negative Aspekte? Bei der Präsentation der einzelnen Fächer war die Wahl nicht reflektiert genug begründet. Die Schüler sind am Ende die Leidtragenden. Wenn der Lehrer kein Interesse hat, keine Motivation für die Kinder, dann sinkt die Leistung rapide ab. Das kann man auch wissenschaftlich nachweisen. Aber wie geht es einem Lehrer, der selbst merkt, dass meine eigenen Fähigkeiten nicht ausreichen? Also wenn ich das vorher nicht weiß, wie soll ich dann im Beruf durchhalten, nur weil ich mal studiert habe? Die letzte Prüfung rückt näher. Noch haben die meisten ein gutes Gefühl. Gut, sehr gut. Also für mein Empfinden. Du hast das Gefühl, du hast das Zeug zum Lehrer oder wie ist das Ausdrücken? Ich glaube, hier geht es ja eher um die Qualifikation und da glaube ich schon, dass ich welche habe. Die Teilnehmenden bekommen per Video auch eine Konfliktsituation gezeigt. Vor der Jury müssen sie analysieren, wie sie den Konflikt lösen würden. Eltern, denke ich, müssen in so einer Situation mit einbezogen werden. Dass er, ähm, hm. Das Ergebnis des Tests erfahren die Teilnehmer in einem ausführlichen, vertraulichen Gespräch. Jedem Fünften wird geraten, ein anderes Studium zu wählen. Die anderen bekommen Tipps, woran sie noch arbeiten sollten. Also bei mir ist jetzt rausgekommen, dass ich eher nicht geeignet bin. Mir fehlt so das Feuer, sage ich jetzt mal. Sie suchen bei ihren Auswahlkandidaten ja halt die Leute, die auch wirklich sagen so, das ist zu 90 Prozent mein Ding und ich bin halt wahrscheinlich mehr so so 60 Prozent. Ich habe schon raus, dass es geeignet wäre und ja, ich finde es auch toll, hat echt viel Spaß gemacht. Ich sollte mir eine Schulart wählen und mit der Fächerkombination konnte ich sie nicht überzeugen. Lehrer werden können trotzdem alle. Der Test ist freiwillig. Wir machen nachdenklich und versuchen die Leute zu sensibilisieren, was kommt auf mich zu. Doch warum gelingt es oft nicht, die Richtigen für ein Lehramtsstudium zu gewinnen? Liegt es an fehlender Wertschätzung? Am Beamtenstatus, der einen Wechsel in andere Berufe erschwert? Oder am Gehalt? Deutschland bezahlt seine Lehrkräfte weit besser als andere Länder. Eine Lehrperson in der fünften bis zehnten Klasse erhält ein Jahresgehalt von durchschnittlich rund 55.000 Euro. Das ist fast doppelt so viel wie der OECD-Durchschnitt von 28.000 Euro. In Europa verdienen polnische Lehrer mit einem Jahresgehalt von rund 15.500 Euro am wenigsten. Deutschland rangiert weit oben. Absolute Spitzenverdiener sind die Luxemburger mit über 98.000 Euro. Die Frage, ob ich über finanzielle Anreize den Lehrerberuf attraktiver mache, da wissen wir aus der Forschung, dass das nicht zwangsläufig ist und vor allem auch nicht nachhaltig sein wird. Sondern wir brauchen aus meiner Sicht in unserer Gesellschaft eine Kultur, in der die schulische Bildung einen anderen Stellenwert bekommt. Und ich glaube, da müssen sich viele Spieler an die Nase fassen und überlegen, wie schaffen wir es, dass wir zu einem durchaus kritisch-konstruktiven Verhältnis zur Schule und Bildung kommen. Und dann wird auch der Lehrerberuf wieder eine attraktiverer werden. Einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland hat der Lehrerberuf in Finnland. Hier sollen nur die Besten mit Kindern arbeiten dürfen. Es ist genauso schwierig, Lehrer zu werden wie Arzt oder Anwalt. An der Universität Helsinki sind in diesem Jahr von 2000 Bewerbern nur 120 angenommen worden. Nur wer sehr gute Abiturnoten vorweist, kann an einem Wissenstest teilnehmen. Danach folgt ein persönlicher Eignungstest. Die Erziehungspsychologin Kirsti Lonka ist an der finnischen Lehrerausbildung maßgeblich beteiligt. Unsere Gesellschaft hat eine große Wertschätzung für den Lehrerberuf. Es ist in Finnland so schwierig, Lehrer zu werden. Jeder weiß, du musst dafür ganz schön schlau sein. Unsere Lehrerausbildung beruht auf Forschung. Wenn wir also neues Wissen über das Lernen haben und Studien zeigen, dass beispielsweise Gefühle und Motivation eine große Rolle spielen, dann bringen wir dieses Wissen auch an unsere Schulen. Die Wiki-Schule. Eine Übungsschule an der Universität Helsinki. Grundschullehrerin Emi Hatjasalo unterrichtet Finnisch in der zweiten Klasse. Zwei Studentinnen beobachten den Unterricht für eine Woche. Danach stehen sie fünf Wochen selbst vor der Klasse. Allen elf finnischen Universitäten ist eine Schule angeschlossen. Die angehenden Lehrerinnen und Lehrer pendeln während des Studiums zwischen Uni und Unterricht. Hier lernen sie auch die aktuellen Konzepte zum Einsatz von digitalen Medien kennen. Sie sind ein Werkzeug von vielen. Für den größten Lernerfolg. Es ist wichtig für sie, echte Erfahrungen mit echten Kindern zu machen. Und es ist wichtig, dass sie zu zweit sind. So können sie ihr Auftreten gegenseitig reflektieren und über ihre Beobachtungen sprechen und über ihren Lernprozess, den sie während dieser Zeit hier durchlaufen. Und danach studieren sie weiter und können diese Erfahrungen mit ihrem theoretischen Wissen an der Uni verknüpfen. An finnischen Schulen gehen die Impulse von den Schülern aus. Sie bestimmen oft selbst, wann sie singen, lesen oder im Team arbeiten wollen. Die Interessen der Schüler stehen im Mittelpunkt. Diese Überzeugung soll den Studierenden vermittelt werden. Nach jeder Stunde gibt es Gespräche über pädagogische Konzepte und die individuellen Ziele der zukünftigen Lehrer. Man lernt viel an der Schule, vor allem die Praxis ist wichtig. Hier gibt es verschiedene Situationen mit immer anderen Gruppen und anderen Lehrern und du versuchst von jedem Lehrer etwas anderes zu lernen. Und dann versuchst du mit all diesem Wissen deine eigene Art zu finden, wie du unterrichtest. Du lernst und erkennst, was du für dich mitnehmen kannst. Die finnischen Klassenräume sind aktive Lernumgebung, in denen die Schüler selbstständig arbeiten. Trotzdem wissen die angehenden Lehrer und Lehrerinnen, dass sie der entscheidende Faktor für die schulische Bildung sind. Mir wurde oft gesagt, dass ich die Kinder in meiner Klasse wie meine eigenen betrachten sollte. Weil die Lehrperson ein großes Vorbild ist. Du bringst ihnen so viel bei, nicht nur Mathematik und Naturwissenschaft, sondern auch, wie man miteinander umgeht, wie man sich gegenseitig respektiert, einfach alles. Es ist wirklich eine wichtige Beziehung. Schulleiterin Maja Matikain war lange in der Bildungsforschung tätig. Sie kennt die aktuellen Studien zu erfolgreichem Lernen. Der Lehrer ist nicht derjenige, der da vorne steht und eine Lektion hält oder einen Vortrag hält. Das braucht man natürlich auch, wenn irgendein neues Thema ist. Aber sonst ist der Lehrer im Hintergrund. Die Aufgabe des Lehrers ist nicht, Lehren, sondern das Lernen zu unterstützen. Zum Lernen, da hat man viel Wissen schon, wie am besten gelernt wird. Und Hauptsache ist, man sitzt nicht nur und hört zu. Da lernt man am wenigsten. Wenn man selber was tut, zusammen mit anderen was tut, mit Gefühlen was tut, da lernt man am besten. Und das wollen wir unterstützen. Lehrer als Lernbegleiter. Mit allen Sinnen lernen. Und vor allem auch handwerkliche Tätigkeiten anbieten. Das sind wichtige Bestandteile von Lehrplan und Lehrmethodik. Tatsächlich belegen Forschung. Kognitive Lernprozesse werden durch emotionale Erfahrung verbessert. Außerdem besuchen hier alle Kinder zwischen 7 und 16 Jahren eine Gemeinschaftsschule. Neben theoretischen sollen auch praktische Kompetenzen für die spätere Berufswelt vermittelt werden. Lehrer haben großen freien Raum in Finnland. Das nationale Curriculum ist ganz lose, ist sehr frei. Und methodenweise können die Lehrer selber bestimmen. Sie können zum Beispiel sagen, besonders in der Primarstufe, heute wird nur Mathe gelernt, morgen was anderes. Ein Bildungssystem, das funktioniert. Finnische Schüler landeten bei der letzten PISA-Studie nach Estland auf dem zweitbesten Platz in Europa. Die Autoren der Studie meinen, das liegt auch an der Zufriedenheit der Lehrer. Sie haben gute Karrierechancen, können zum Beispiel ein paar Jahre an einer Schule unterrichten und dann wieder an die Uni wechseln, um zu forschen. Und sie sind in der Gesellschaft hoch angesehen. In Deutschland ist das anders. Was Lehrer oft frustriert. Lob für Engagement und Leistung gibt es selten. In Rothenburg haben die Schüler einen besonderen Weg gefunden, sich bei ihrem Lehrer zu bedanken. Die Schülerinnen Michelle und Monique haben es aufs Gymnasium geschafft. Und Johannes Helgert für den Deutschen Lehrerpreis vorgeschlagen. Er hat nicht nur darauf geachtet, dass er einfach nur den Lehrplan durchbekommt, sondern er wollte wirklich, dass wir es verstehen. Er hat an Situationen an uns geglaubt, an denen ich zum Beispiel überhaupt nicht an mich geglaubt habe. Und dann hat er mich wirklich motiviert, jedes Mal gesagt, das schaffst du. Und das hat er jedes Mal gesagt. Er hat gesagt, das ist keine Frage, du kriegst das hin. Und ja, das Ergebnis, ich habe es auch wirklich geschafft. Also ich glaube, am wichtigsten ist, dass der Lehrer nicht nur an die Noten oder an den Schulplan glaubt, sondern auch an jeden Schüler einzeln, dass er für ihn da ist, wenn er irgendwie Hilfe braucht oder ob er irgendwie Selbstbewusstsein braucht. Und das, denke ich, macht einen guten Lehrer aus. Der Preis wird einmal im Jahr vom Philologenverband vergeben. In der Kategorie Schüler zeichnen Lehrer aus, ist Johannes Helgert einer von 15 ausgezeichneten Lehrern. Das hat eine sehr große Bedeutung für mich, weil es einfach eine große Wertschätzung ist für den Beruf, den ich habe. Also natürlich einmal für mich selber. Und das andere, was ich finde, ist, dass dadurch einfach ein bisschen der Lehrerberuf mal in den Mittelpunkt drückt und von der positiven Seite beleuchtet wird. Die Schüler schätzen seinen lebendigen Unterricht und sein Engagement für jeden Einzelnen. Fritz, fällt dir ein ganz kurzer Satz, dass wir nicht so viel schreiben müssen, im Simple Present ein auf Englisch? Über den Paul. Paul always drive Henriette. Dazu muss man wissen, dass die Henriette das Mofa von Paul ist, aber das weiß ja mittlerweile schon jeder. Da ist ein Fehler drinnen, wie ihr findet in diesem Fehler. Es wird immer mehr gefordert, eine Methodenvielfalt. Es kommt die Heterogenität der Schülerlandschaft auf einen zu. Man hat ganz unterschiedliche Leistungsstufen in einer Klasse, ist eine relativ große Belastung, die dazu kam. Und ich persönlich sehe einfach die Chance, bei dem Ganzen eben mehr in diese offenen Unterrichtsformen reinzugehen, weil ich dann, wenn ein Schüler lernt, für sich selbstständig und sehr eigenverantwortlich zu arbeiten, ich als Lehrer die Chance habe, mich mit Einzelnen auseinanderzusetzen. Auch ein Ergebnis der HETI-Studie, kooperatives Lernen bringt den meisten Schülern mehr als Frontalunterricht oder Lernen im Wettbewerb. Allerdings kommt es auch hier auf den Lehrenden an. Er muss sehr klar Ziele, Inhalte und Methoden für die eigenständige Lerneinheit formulieren. Wie kommst du zurecht mit dem Lesen? Nicht so gut. Langsam? Ja. Weil? Wenn es mich nicht interessiert oder so, dann... Wie müsste oder wie muss ein Buch sein, dass es dich interessiert? Als Film. In Filmform, okay. Ein Buch muss in Filmform sein. Unterricht durchziehen, egal wie die Schüler mitkommen, funktioniert nicht. Laut HETI muss der Unterricht individualisiert werden. Da braucht man keine Angst, Fehler zu machen, sondern aus Fehlern lernt man eigentlich fast mehr. Weil bei mir Helga das halt so, du machst den Fehler. Er sagt zwar, ja, das ist fast richtig, aber die Sache ist halt, er hockt sich dann auch mit dir hin, da spricht er nichts dagegen und dann nimmt er das Thema nochmal nur zu zweit durch und dann versteht man das schon ganz gut. Auch wichtig für die Lehrer-Schüler-Bindung, die Mountainbike-AG. Hier begegnen sich Lehrer und Schüler auf Augenhöhe und trainieren neben dem Offroad-Fahren soziale Kompetenzen wie Teamgeist und Rücksichtnahme. Man hat ein gemeinsames Erlebnis, das ist total gut für die Gruppendynamik. Das sind ja jetzt auch Schüler, die alle aus einer Klasse kommen und jetzt machen sie einfach eine sportliche Aktivität miteinander. Mit einem Lehrer auch, der plötzlich ganz anders Teil von ihnen von einer Gruppe wird, bringt ganz viel im Zusammenleben. Das heißt, wenn ich dann morgen in dieser Klasse bin und Mathematikunterricht gebe, habe ich zu den Schülern einen ganz anderen Draht, ein ganz anderes Verhältnis, weil sie mich mal ganz anders erlebt haben auch. Trotzdem gehören auch zu seinem Lehreralltag renitente Schüler, Rückschläge und Enttäuschung. Nur wer das aushalten und sich selbst motivieren kann, übersteht den Berufsalltag unbeschadet. Also man ist natürlich immer mal wieder frustriert. Es gibt Tage, da geht man aus der Schule raus und denkt sich, wenn ich heute nicht gekommen wäre, hätten wahrscheinlich die Schüler genauso viel mitgenommen oder genauso wenig mitgenommen. Aber jeder Tag bringt was Neues und Schüler sind unterschiedlich gut drauf. Das heißt, ich versuche das dann einfach beiseite zu schieben, zu überlegen, vielleicht lag es ja auch ein Stück weit an meinem Unterricht, danach zu justieren und dann am nächsten Tag einfach wieder so reinzugehen. Definitiv ist aus meiner Sicht der Lehrberuf nicht nur Beruf, sondern auch Berufung. Ich brauche die Liebe zum Menschen, ich brauche die Liebe zur Natur, ich brauche die Liebe zur Welt als eine Grundlage, um überhaupt pädagogisch wirken zu können. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir Pädagogen und Pädagogen immer scheitern werden. Das Scheitern steckt im Kern des Pädagogischen. Also wenn ich keine Berufung dafür habe, mit Scheitern umzugehen und immer wieder neue Kraft auch aus einem Scheitern schöpfe, dann kann ich es mir schwer vorstellen, diesen Lehrerberuf mit Herz und Verstand auch wirklich anzugehen. Wie sie mit dem Scheitern umgehen, merken Lehramtskandidaten in Deutschland oft sehr spät. Nämlich im Referendariat. Das Studium ist bundesweit nicht einheitlich. Für die Ausbildung von Lehrenden sind neben den Kultusministerien auch die Wissenschaftsministerien zuständig. Deshalb rangeln 32 Behörden um Mitsprache. Es hängt vom einzelnen Bundesland ab, wie viele Praktika die Studierenden an Schulen machen. Meist zu wenig. Für 20 Prozent von ihnen ist der Staat ins Berufsleben mit einem Praxisschock verbunden. Ich finde das Praktikum immer auch eine Art Eignungsverfahren, weil ich dann als Student merke, wenn ich drei Wochen in der Klasse bin, ob ich bei den Schülern ankomme, ob die mich akzeptieren zum Beispiel, ob ich mich wohlfühle. Das ist ganz wichtig. Und dann ist das Verhältnis natürlich Fachwissenschaft und Erziehungswissenschaft grundlegend gestört. Also wenn wir hier in Bayern im Gymnasium mit zwei oder drei Seminaren während des ganzen Studiums Lehrer werden kann, Pädagogik. Wenn ich in Bayern Pädagogik sogar abwählen kann im Lehramtsstudium, dann ist das Lehramtsstudium komplett falsch ausgerichtet. Ein grundsätzliches Problem. Ein Großteil der Lehramtsanwärter studiert seine Fächer gemeinsam mit Studenten, die nicht Lehrer werden wollen. Und bei Professoren, die aus Abiturienten Spezialisten ihres Fachs machen wollen. Aber keine Pädagogen. Da es Jahrzehnte dauert, solch falsch ausgerichtete Studiengänge zu reformieren, bietet das Zentrum für Lehrerbildung an der Ludwig-Maximilians-Universität München ein ganz besonderes Projekt an. Coaching im Lehramt. Gut, wunderbar. Sorry, hallo. Ein Praxistraining für Studierende. Es soll wichtige pädagogische und psychologische Kompetenzen vermitteln. Entwickelt hat das Angebot die ehemalige Lehrerin Petja Meidlinger. Ich freue mich, dass du da bist. Ich plädiere dafür, dass früh angefangen wird und kontinuierlich die Lehramtsstudierenden in die Praxis geschickt werden. Und zwar mit Begleitung. Mit ständiger Begleitung, das heißt mit ständigem Feedback. Dass sie lernen, viel mehr in Beziehung zu gehen, eine Resonanzfähigkeit zu entwickeln, Beziehungsfähigkeit zu entwickeln, Wahrnehmung und Beobachtung zu schulen. Guten Morgen. Der Schwerpunkt heute? Wie geht ein Lehrer am besten mit Widerständen im Klassenzimmer um? Schönen guten Morgen. Wir fangen jetzt gleich mit dem Unterricht an. Können wir einen Spaziergang machen oder einen Eis essen? Eine Alltagssituation aus dem Schulleben, der sich Johann stellen muss. Aufmüpfige Schüler zu spielen, fällt den Studierenden nicht schwer. Wie bekommt er die Situation in den Griff? Welche Rolle spielen Körperhaltung, Stimme und nonverbale Kommunikation? Warum ist so ein Seminar nicht verpflichtend? Bundesweit? Also ich meine, es ist ja super, im Prinzip sowas mal zu lernen. Das frage ich mich auch, denn meine Überzeugung ist, dass wir uns als Lehrer, Lehrerinnen ständig selbst reflektieren müssen und ständig hinterfragen müssen, um uns selber auch kennenzulernen. Wie reagiere ich denn in Situationen, in konfliktiven Situationen, bei Unterrichtsstörungen? Das muss ich für mich lernen, so wie ich Sport mache, mit viel Disziplin und Üben lernen. Manche haben ein Naturtalent und können das schon besser als die anderen, aber jeder muss üben und konsequent sein. Als Nächste ist Johanna an der Reihe. Hey, spinnst du? Hallo, ich bin Patschnuss. Wenn du nicht trinkst, hast du nicht mein Problem. Johannas Strategie? Sich nicht in lange Diskussionen verwickeln lassen. Ich bin vielleicht Patschnuss. Dankeschön. Können wir jetzt das kurz lassen und wir sprechen nach der Stunde nochmal drüber? Ein guter Pädagoge bringt Bildung und Erziehung unter einen Hut. Ein guter Lehrer macht auch aus, dass er klar und konsequent ist, auch bei seinen Regeln bleibt und Regeln aufstellt. Und einen guten Lehrer macht auch aus, dass er Wertschätzung und Anerkennung den Menschen zeigt, also einen Menschen, versteht, also Brücken baut. Wir müssen unbedingt diejenigen finden, die bereit sind, sich selber zu reflektieren, die bereit sind, in die Selbsterfahrung zu gehen. Denn das sind unsere Kinder. Und welches ist wertvoller? Welches wertvollere Gut haben wir als unsere Kinder? Die Videoanalyse ist fester Bestandteil des Trainings. Gemeinsam sollen die Studierenden Lösungen diskutieren. Noch sind Lehrkräfte laut Petja Meidlinger zu sehr Einzelkämpfer. Nur wenn sie lernen, Kritik anzunehmen und sich anleiten zu lassen, können sie im anstrengenden Schulalltag bestehen. Wunderbar, vielen Dank, dass ihr so viel mitgeschrieben habt. Und jetzt möchte ich euch einladen, das Feedback an Johanna zu geben. Ich finde, es hat einfach auch sehr souverän gewerkt, wie du damit umgegangen bist. Also da ist dann auch gar nicht dieses Drumherumgetuschel entstanden, sondern du bist einfach hin, hast gesagt, okay, ich sehe, da ist ein Problem, aber wir können das dann nachklären. In der Schule war das bei uns so, dass der Lehrer einfach sich auf irgendwen eingeschossen hat, der halt aufgefallen ist. Und dann war halt der einfach, hat einfach eine Strafe gekriegt und dann fängt die Klasse nämlich an zu brüllen. So, ja, aber das ist unfair, der hat gar nichts gemacht. Und dadurch, dass du halt gesagt hast, wir klären das später, ich weiß nicht, wer jetzt schuld ist, kam die Situation gar nicht, dass die Schüler sich einmischen konnten. Die jüngste OECD-Bildungsstudie fordert, auch nach dem Studium sollten Lehrende in den Problemfeldern an ihren Schulen fortgebildet werden. Was hast du aus dem Seminar hier heute mitgenommen? Hast du das Gefühl, das bringt dir viel? Was bringt dir das zum Seminar? Mir bringt das total viel. Ich werde jetzt im September ins Referendariat starten. Ich habe während meiner ganzen 13 Semester Uni-Laufbahn nicht einmal so ein Seminar besuchen können oder besucht. Uns ist auch teilweise gar nicht bewusst, dass es angeboten wird. Ich finde, das sollte viel, viel besser kommuniziert werden, dass wir das auch alle während des Studiums nutzen können. Und nicht jetzt, wo ich jetzt am Ende meines Studiums bin und Panik bekomme, weil ich denke, oh, ich bin überhaupt nicht vorbereitet auf das Referendariat und auf die tatsächliche Situation mit den Schülern. Man hat irgendwie aber im Studium viel, viel, viel Theorie sich angelesen und dieses Ausprobieren und selber dann irgendwie auch eine Rolle zu finden oder eine Haltung oder diese Lehrerperson auszubilden. Das ist ja ein Findungsprozess. Und das ist hier an der Uni nicht möglich. Und dann steht man plötzlich vor der Klasse und dann kommt erst mal dieses, jetzt, oh je, wer bin ich denn oder was mache ich? Im Berufsalltag fühlen sich viele Lehrer dann bei Problemen mit Schülern, Eltern oder im Kollegium überfordert und alleingelassen. Und das ist bald wortwörtlich zu verstehen. Den zukünftigen Schülern fehlen die Lehrer. Im Jahr 2025 werden in Deutschland vermutlich 35.000 Grundschullehrer fehlen. In Berlin sind bereits 70 Prozent der neu eingestellten Lehrer in diesem Bereich Quereinsteiger. Auch an Gymnasien gibt es zu wenig Lehrer für die MINT-Fächer. Also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Kinder und Jugendliche werden immer häufiger von Lehrkräften ohne pädagogische Vorkenntnisse unterrichtet. Dabei sind solche Kenntnisse wichtiger denn je. Hilfe bei Integration und sozialen Problemen, Ganztagsbetreuung. All diese Aufgaben können Lehrer nicht allein bewältigen. Hier an der Heinz-Brandt-Schule in Berlin trifft Johann von Mierbach ein Kollegium, das in multiprofessionellen Teams zusammenarbeitet. Jeden Montag um 8 Uhr treffen sich die Klassenlehrer mit den Schulsozialarbeitern und Sonderpädagogen, um gemeinsam Probleme zu besprechen. Der erste Schüler, bei dem wir sprechen wollten, wo wir ja vor den Ferien oft die Probleme haben, dass er sehr aggressiv war oder dass, wenn er überfordert war, sich eben nicht wohlgefühlt hat und da jetzt nochmal gucken wollen, wie der momentane Stand ist. Als jetzt der Unterricht begonnen hat, gab es immer mal wieder auch Situationen, wo er komplett dicht gemacht hat. Also ich auch gar nicht mehr an ihn rangekommen bin. Ganztagsschulen haben ein bestimmtes, frei verfügbares Budget. An der Heinz-Brandt-Schule investiert die Schulleitung besonders in den sozialpädagogischen Bereich. Jeder Schüler soll hier eine Chance bekommen. Was hat sich hier geändert? Was wird hier ganz anders gelebt? Also ganz anders wird gelebt, dass wir sagen, Schule soll tatsächlich, was auch immer gesagt wird, aufs Leben vorbereiten und das Leben da draußen stellt inzwischen ganz andere Anforderungen. Es geht nicht mehr so sehr darum, Lehrwissen sozusagen einzutrichtern, sondern es geht für uns vor allem darum, dass die Schüler soziale Kompetenzen im Umgang miteinander, in aller Unterschiedlichkeit. Wir leben in einer globalen Welt. Wir haben erstmal eine viel größere Bandbreite an Kids, die aus unterschiedlichen Elternhäusern kommen. Und es treten hier schon auch so soziale Unterschiede auf, klar. Und wir als Lehrer, Lehrerinnen und alle, die hier mitarbeiten, Sonderpädagoginnen, Schulpsychologen, arbeiten hier auch erzieherisch, ganz klar. Das geht am besten im Team. Christine Wendt ist Klassenlehrerin in der 8. Petra Salzmann, Sonderpädagogin und Deutschlehrerin. Heute unterstützt sie ihre Kollegin. Ihr wählt heute, spätestens jetzt hier, ein Buch aus. Die Jugendlichen sollen eine Buchbesprechung vorbereiten. Da viele in ihrer Freizeit nicht lesen, besteht Beratungsbedarf. An der Heinz-Brandt-Schule wird Kooperation großgeschrieben. FANTASY OR HORROR Ähm, naja, so Fantasy oder Horror. Fantasy oder Horror, okay. Hast du da in der Richtung schon jetzt gelesen? Nein. Die sagen ja alle, sie lesen nicht. Also sagen ja alle, nö, ich lese nicht. Das ist ja schon schwierig dann, ne? Die daddeln halt viel am Handy, so habe ich den Eindruck. Und auch Textnachrichten werden ja auch nicht mehr so gespringen, sondern eher Voicemail. Ähm, genau. Und, ähm, aber ich habe festgestellt, ich war mit einer anderen Gruppe schon hier, die das erst gesagt haben, dass sie nicht lesen würden. Und jetzt aber total begeistert sind. Ob Unterricht gelingt, wird in Deutschland kaum systematisch überprüft. Das Versagen von Schülern zu oft als persönliches Schicksal hingenommen. Alle fünf Jahre kommt für zwei Tage die Schulinspektion. Bildungsforscher halten das für wenig effektiv. Lehrende müssten kontinuierlich Rückmeldung zu ihrem Unterricht erhalten. An der Heinz-Brandt-Schule kommt das Feedback von den Kollegen. Dafür braucht es Lehrpersonen, die bereit sind, sich kritisieren zu lassen und Fehler zu korrigieren. Das ist für mich auch ein bisschen unser, unser Geheimrezept, dass wir auch kollegial sagen, wir, uns ist nicht nur wichtig, dass wir mit den Schülern eine Beziehung haben, sondern wir sagen, wir suchen, wir stellen die Teams so zusammen, dass die Kollegen sich finden, gut zusammenarbeiten können, sehr wertschätzend, sehr unterstützend miteinander arbeiten können. Und das ist also ja auch ein Geheimrezept. Und das spüren die Schüler. Das ist immer wieder, wir haben das Gefühl, das wirkt hin und her. Klasse Lehrer. Schüler, die sich wohlfühlen und lernen wollen. Das kann nur gelingen durch eine Aufwertung des Lehrberufs. Nicht jeder kann Lehrer. Und die, die es können, brauchen Unterstützung. Egal welches Konzept, egal welche Schule, eins habe ich gelernt, ein guter Lehrer, der ist ein Teamplayer. Und der holt sich Kritik, einerseits von den Schülern, aber auch Ratschläge bei den Kollegen. Klasse Lehrer. Bis zum nächsten Mal.